Ja, ich glaube die Gatlinger dann wäre cool, besonders im Nahkampf Wo denn? Ah, es erschreckt mich zu zielen, ey Bis jetzt, während ich mich nach rechts bewege, muss ich die Maus ganz nach unten ziehen Warte, stopp Ich will was anderes So, nachgeladen Na, stopp, 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 stopp Hier vielleicht Ja, guck mal, wir können hier einfach mal ganz kurz das hier drauf machen Und das hier Und das nicht, okay Perfekt, wir sehen wieder was Noch nicht Trottel, renn doch nicht mehr in den Schusslauf, ey Wer war das denn eigentlich? Oh Gott Ah, nicht schön Gar nicht schön So, schauen wir kurz mal hier Drei Stück Wir werden gleich zu vier, das ist aber nicht sehr viel Ich glaube, wir holen uns hier mal ein paar Punkte Ich glaube, ich bleib mal auf dem hier, ja So, wie gut ist der? Na, kannst du mit dem zielen, okay Sogar auf Entfernung ganz kurz zu gebrauchen Hier, nehmt euch meine Munition Damit ich Punkte bekomme Nicht, weil ich nett bin Und ran Ich will Ganz bis dahin, wo die ganze Action ist Einfach schlafen wir schon Da ist ne Max, die ich hochhalten könnte Boah, grad ne Granate reinschmeißen Verdammt Wie ein scheiß Sniperklassen Egal, ich werde wieder belebt Ich hab ne zweite Chance, äh, zu Granatieren Werf Geht auf Und? Ha! Oh Gott Wie schlecht Oh, geil Ich Nein, ich will Ich will so bleiben Genau, warte mal So Und der ist weg Gar nicht schlimm Äh, Sanitäter Hochhallen Ist der echt präzise? Warte mal Ja, sogar noch präziser als der andere Äh, Ingenieur Der hat schon Griff, ne? Sani hat auch einen Griff Hat der auch, ähm Sammlauf Nein, komm, egal Sniper Und da kommt immer was, ne? Ich steh immer da, wo ich die Fresse bekommen kann, ne? Ist ja auch schrecklich Man kann gar nicht richtig T-Banken hier Nope Oh Gott, ist man langsam, wenn man hier rumkriecht Leute, das sind Gegner Schießt drauf Danke Da ist drin, ne? Wir sind da drin, okay Warte, 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 warte Warte, jetzt Oh je Haben wir eine Maxi, die ich halten kann Nö, haben wir nicht Bleib mal hier, vielleicht auf dem Bad Oh, da oben, ey Haha, Headshot Ich bin mal fast tot Haha, bitte halt nicht Irgendeiner Dankeschön Das ist voll nett von dir, weißt du das eigentlich? Wahrscheinlich, weißt du das, sonst würdest du das ja nicht machen, nicht wahr? Okay, es bringt ja Punkte, also Hat das vielleicht auch mit Nettigkeit nicht gerade viel zu tun Oh Gott Ah, guck mal, ich hab was zu tun Und da Punkte So viele davon Nehmt euch meine Munition Nehmt euch viel davon Je mehr ihr davon nehmt, krieg ich Punkte Ah, okay Safe Warte Woran erkennt man, dass jemand angreift Stell das Ding in den Weg Wenn es kaputt geht Schießt jemand drauf Simpel Aber einfach Simpel, aber einfach Ja Hey Warte Bleib hier Gib mir deine Punkte Vielleicht hat er plus 35% sogar Cool Wer ist das? Ich kenn ihn nicht Egal Weiter Ich kenn ihn durch Vielleicht hat er was böses gesehen Bleib mal so Oh Stun Ich kann die Maus nicht Oh Gott Oh jetzt geht's wieder Oh Gott Auch falsch Den hier Ingenieur Hier Reparatur Läuft Krieg ich Punkte So Drei Millionen oder so Wäre voll nett Weißt du Weißt du was Versuch mal Bei Gelegenheit Nicht sofort Kaputt zu gehen Was halt Ich halte das einfach So Hier Screw the rules Wer da bringt Punkte Ganate Ganate Das ist Das ist Jetzt aber Ingame Oder Ja Gut In einem Moment Hab ich gedacht Dass man Der neue Arbeitsspeicher Wieder faxen Macht Das wäre Voll Uncut Gewesen Alles kaputt Lebt ihn Ich Reperiere Oh Gott Ich bin da Bin da Mein Schätzchen Ich bin da Ich halte am Leben Munition Nimmt Ich muss repariert werden Das klingt immer so jämmerlich Ne Mann Mann Ich sterbe Bitte Repariert mich einer Halt ihn hoch Und da rett ihr Ferturs Oh Gott War so eine blöde Idee Fertur zu retten Guck mal Da gibt es Punkte So Das war das letzte Mal Zertifikations bekommen Ab jetzt heißt es Auf eigene Faust Vorwärts kommen Dabei Ich hab ihn gesehen Aus Reparatur Nein Aber Munition Das bestimmt auch cool Jetzt was Temperatur Oder Oh Ich würde sagen Es läuft hier Noch zwei Auszeichnungen Oh Gott Der hat gerade was geworfen Wenn mir jemand was wirft Lauf Meistens Sind es keine Geschenke Die er wirft Weil es ist auch kein Kuchen Manchmal ist es Kuchen Aber vergewöhnlicherweise Will der es hier nicht ergeben Weil ich so sehr mag Sondern Unsers Ich sterbe jetzt noch mal Pass auf Haha Nimm das Ja man Läuft So Ich krache nochmal ein bisschen Wart Und dann Warte hier Das Und das Lauf einfach weg Du bist so Du bist so doof Du bist so doof Weißt du Frauenmechanzug Ist Immer Chaos Selten Nur für den Gegner Häufig auch nur für dich Ja genau Die eigenen Leute Die fahren hier auch rum Ich war Ich will nur sagen Ich mische mich einfach Reit ein Ich möchte ganz gerne Nicht am Steuer sitzen Ich möchte gerne am Geschütztor sitzen Nein Warte doch Dann Warte auf den nächsten Na Ne Die sind wir zu sterblich Ah Guck mal Genau davon habe ich geredet Hat da hinten was besseres drauf Nein Okay Dann fahren wir einfach weiter Ja Warte mal Keine Punkte Legion Haben wir eigentlich mittlerweile mal Delta Platz Ne Haben wir nicht Warte mal Anhalten Okay Alles ist gut Ich muss den Chat reingucken Wegen den Zuschauern Ich glaube wir haben mal Vier Stück jetzt Ja So langsam wäre ich auch bereit Das ist das Beste Wenn man Großen Platonen arbeitet Zusammenarbeitet Wenn man da viel mehr Spaß haben kann Punkte Viele Punkte Wo filmen wir die gerade Die tausend Egal Aber Punkte Die waren für mich Nein 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 Ja oh Gott Ich dachte schon immer Ohne Scherbe Ohne Drecksack Uh Wir fliegen Ah Können wir vielleicht Woanders hinfliegen Ich will gerne da einsteigen So Meins Oh Wolltest du den Platz haben Ey Spasti Kannst du mitfahren Bist voll ne Scheiße Einladen bitte Gut Gut Ich mach jetzt Einen eigenen Trupp auf Voraussetzung ist Wir haben hier keinen Platz Ja da ist auch schon der Maxman Hi Was geht Wir sind im Krieg Ja Ja wir sind im Krieg Ah Platoon verlassen Ich hab noch Airsalat geslurpt Ah Wie geht das mit dem Einladen Das handelt fast so ne The Maniac on Trupp einladen Trupp einladen Trupp einladen Kann ich dem hier was schreiben Nachricht senden Lief mal Ich starte Jo Er startet Team Unter Freunde Wie hab ich grad geschrieben Ich hab's vergessen Eingespielt Ich hab's vergessen Ich hab's vergessen Sind schon welche von deinem YouTuber Team da? Ja Ja Team ist witzig Ja YouTuber Trupp Nicht so viele wie gewünscht Vonnie Ah Nachricht senden Lief mal Ich mach was eigenes auf Also jetzt ganz am Anfang muss ich die roten auswählen ne? Jo Also schon vor dem Server Also vor ich auf den Server gehe Also ganz am Anfang Du wirst die Reihenfolge schon sehen Ich weiß grad nicht genau Den Trupp einladen Ja mir wird gleich Kobold angezeigt Ganz oben Gut Boah Der Eingespielt war mal raus Ist bereits in einem Trupp Es funktioniert gerade so super Die sollen einfach rausgehen Ja Nö Ja gut Jetzt lasst du mir Bescheid sagst Ich hab echt gar keinen Bock darauf Jetzt hier stundenlang darauf zu warten Dass hier die Leute mal ähm Antworten oder reagieren Wir müssen Wir müssen Ist das ne Selbstgebaute Basis da hinten Sehr cool Dreck mal kaputt machen gehen Krieg keinen Schaden Wenn ich drauf schließe Das ist schade Braucht ein bisschen mehr Wumms Ach guck mal da Laufen Punkte rum Da fahren sie wieder weg Ich geh mal auf was größeres Um ein bisschen mehr Schaden zu machen Geht das Da ist sie verschwunden Was war das denn Ich schieße auf ne Base Die verschwindet einfach Ich mach nochmal ein bisschen leiser Weil ich höre Marksman kaum Können wir ihn da gehen please Ne Ich muss mir gerade einen Namen aussuchen auf dem Server Wie wärs mit Marksman Der ist schon vergeben Wie wärs mit äh Was du immer sonst immer hast Crazy Marksman einfach Ist bereits in einem Trupp Ist bereits in Okay Dann spammen wir jetzt Nachricht senden Lief den Trupp Den Sound von dem Ingame Spiel Leisam Kannst du mal bitte Das kann ich Nicht du Okay Bin da 99% Okay Maniac ist drin Der Rest nicht Freunde Eingespielt Ja gut Das spielt alleine Dachte der Szene nicht Läuft aber so ein Spion vor mir rum Audio Mal ein bisschen leiser machen Musik ist eigentlich egal Aber das muss leiser Und das muss leiser So Jetzt ist natürlich ein Panzer Ohne äh Co-Pilot Der dicken Wumme Großartig Ich bin auf Kobalt Auf ähm Bla 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 Ich rede ich rede ich rede Meist ist nur Unsinn Lief den Trupp Ach guck mal so geht das Lief den Trupp 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 Geht nicht Okay Ich hab mein Chat Limit erreicht Okay Ja natürlich Wenn die Leute nicht reagieren Werde ich dafür bestraft Super geil Die treffe ich nicht Haben wir irgendwo ein Ich muss nicht Weißt du Die labern hier die ganze Das ist doch ne Scheiße Ihr seid zu leise Aber ich verstehe gar nichts von euch Ich mach jetzt mal wieder kurz hin Äh Wieder lauter So Plus 6 Dezibel Im Stream sagen sie mir Seid alle zu laut So red mal Das ist doch